Kennst du auch? Wenn du so ein Veloschloss kaufst, aber das Veloschloss ist so mega teuer, so viel teurer als dein Velo. Und darum musst du jetzt extra noch so ein Velo kaufen, das du an deinem Schloss machen kannst, damit es nicht geklaut wird. Und darum laufst du jetzt die ganze Zeit mit so einem Rennvelo um den Hals. Kennst du auch? Ja, ich auch nicht. Fahr nur Bus. Das war das Wagen. Die Hals ist super, so gut wird. Auf Wiedersehen. Aber wie kannst du in den Hals. Steigate in der Hals ist die Hals und zu einem Lernstürfe, Das ist die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020